Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Jugendpolitik hat uns hier schon oft beschäftigt und ich weiß, dass Jacqueline Bernhardt mehrfach versucht hat, hier das Kinder- und Jugendfinanzierungsgesetz zu novellieren, die Altersgrenzen zu erweitern. Und wir haben immer wieder gehört, das funktioniert nicht. Ich hatte vor kurzem einen Praktikanten von der Grünen Jugend und es war ihm natürlich ein Anliegen, gerade in diesem Bereich zur Arbeit mal zu gucken, was ist aus Jugendsicht dort, was ist notwendig. Wir haben sehr viele Diskussionen geführt und ich war im Februar beim Landesjugendhilfeausschuss, wie man ja so sagt, ein zahnloser Tier, der wirklich von Karies befallen ist. Und da stellten wir fest, ja, er kann eben nichts, er kann keine Empfehlungen geben. Aber das ist ein Element, was ich Ihnen jetzt ganz gerne vorstellen wollte. Jugendpolitik steht seit Jahren, eigentlich können wir schon sagen, seit Jahrzehnten vor zahlreichen Herausforderungen. Die haben eben nicht nur etwas mit dem demografischen Wandel zu tun, sondern insbesondere auch mit dem Rückzug aus der Fläche. Ich möchte ein paar Zahlen darstellen, die das zeigen, wie dramatisch es ist. Ein Punkt zum Personal im Vergleich von 2002 bis 2010 hat sich dieses verhalbiert. Waren noch im Jahre 2002 1.657 in dem Bereich tätig, sind es jetzt 2010 nur noch 800 Menschen. Auch die Anzahl der Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Haus der offenen Tür, haben sich auch mehr als halbiert. Auch hier die Zahl 2002, da gab es noch 580 Einrichtungen, im Jahre 2010 waren es noch 199. Alle Angaben sind aus dem Statistischen Landesamt. Dagegen, und daran erinnern Sie sich auch gerade in der Diskussion um den Doppelhaushalt, hat sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen in diesem Zeitraum nicht halbiert, sondern ist von ca. 410.000 Kindern, jetzt haben wir 290.000 Kinder und ich nehme jetzt die Zahl 6 bis 26 Jahre. Sie sich erinnern, das KJFG geht von 10 bis 26 Jahre, das heißt 30 Prozent weniger Kinder leben in unserem Land. Im Haushalt gesunkenen Mittel sind auch enorm, und zwar auch hier die Zahl von 2002 bis 2014. 1,4 Millionen Euro haben wir heute weniger, das sind 25 Prozent. Und unter Berücksichtigung der Inflation steigender Lohn, Lebenserhaltungskosten, aber auch Betriebskosten, ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt möchte ich aber zu diesen vier Punkten kommen, die das Jugendprogramm beinhalten. Und eins vorweg, es soll kein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung sein, es soll kein Eingriff in Strategien sein. Es würde ganz gerne anfangen mit der Jugendarbeit. Im Jahre 2002 waren 5,6 Millionen Euro Gelder zur Verfügung für die Jugendarbeit der öffentlichen und freien Träger. 2014 sind es jetzt nur noch 3,66 Millionen Euro. Und das sind die Gelder, die eben durch dieses KJFG zur Verfügung stehen. Und die sind letztes Jahr aufgestockt worden. Sie erinnern sich, das war die Debatte um die 85.000 Euro und auch später nochmal im Doppelhaushalt. Das Problem, was wir sehen, ist, dass diese 5,11 Euro, die vom Land zur Verfügung gestellt werden, nämlich pro Kopf, pro Kind, zwischen 10 und 26, reichen bei Weitem nicht mehr aus. In diesem Kontext werden gerne zwei weitere Berufsfelder genannt, nämlich die Jugend- und die Schulsozialarbeit. Und die sehen auf den ersten Blick besser aus. Für die Jugendsozialarbeit werden 17,5 Millionen Euro und für die Schulsozialarbeit werden über den Europäischen Strukturfonds 30 Millionen Euro eingesetzt. Wir wissen noch nicht, wie weit es ist. Ich denke, Frau Ministerin Hesse wird dazu noch etwas sagen. Aber ich möchte auf eine Situation hinweisen, die ich letzte Woche hier von Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern erfahren habe. Es gab mit Schreiben vom 24. Februar vom Bereich ESF, Fondsverwaltung, einen Fragebogen, und zwar zum operationellen Programm für die Jugendsozialarbeit. Und dort stehen bestimmte Rahmenbedingungen drin. Und jeder und jede, die in der Jugendarbeit überhaupt mal gearbeitet hat und das sogenannte SGB VIII, Paragraf 11 kennt, weiß, dass es darum geht, Jugendliche das Leben vorzubereiten, ihnen Freiräume zu geben. Hier drin steht aber, dass die Fachkräfte dafür zu sorgen haben, dass die Aufgaben mindestens drei Stunden umfassen, einen inhaltlichen Bezug zur Lebenswelt oder zu den Problemen der jungen Menschen im Wirkungskreis haben und mehr als fünf Teilnehmer aufweisen, zudem von der Fachkraft selbst vorbereitet und durchgeführt bzw. geleitet werden. Und die thematische Einheit, die Veranstaltungen, die Aktionen sollen dann an der Schule sein. Und zwar zur Verbesserung des Übergangs Schule Ausbildung, die Probleme der Jugendlichen ansprechen, das ist klar, das ist Jugendsozialarbeit, Kooperation mit Betrieben und arbeitsmarktlichen Akteuren anregen, die Öffnung der Schule im Blick haben, zu mehr sozialem Engagement der Schüler beitragen, die Eigeninitiative und Mitverantwortung fördern und die außerschulischen Bildungsangebote mit dem Schulalltag verknüpfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es hat mit Jugendsozialarbeit und Jugendarbeit nur noch wenig zu tun. Und ketzerisch wurde ich gefragt, ob es nur noch um die Verwertbarkeit von Menschen für den Arbeitsmarkt geht. Und das können wir nicht zulassen. Und ich finde, dass diese Ausrichtung wirklich etwas ist. Und da hätte ich gerne nachher ein paar Anmerkungen dazu von der Ministerin, wie sie sich dieses vorstellt. Diese, ich komme zurück, weil das waren die 17,5 Millionen. Da sind zurzeit 180 Jugendsozialarbeiterinnen und Jugendsozialarbeiter im Land unterwegs. Einen weiteren großen Bereich hat die Schulsozialarbeit. Also es ist Schulsozialarbeit. Es sind 125 Frauen und Männer insgesamt unterwegs. Auch die umgeschulten Lehrerinnen und Lehrer, die sind in dem Bereich von den 30 Millionen im Europäischen Strukturfonds. Und es gibt eine vierte Säule. Das ist die der Bildungs- und Teilhabe. Da sind jetzt zweckgebunden 30 Millionen. Die können perspektivisch von den Kreisen und kreisfreien Städten ausgegeben werden. Und in dem Bereich sind, nach letzten Angaben von Klaus Vergin, 75 Frauen und Männer tätig, auch hier die Perspektive steigend. Warum spreche ich jetzt diese vier Bereiche nochmal an? Wir haben festgestellt, dass gerade diese Bereiche wichtig sind, aber die eigenständige Jugendarbeit sehr in Gefahr ist. Sie erinnern sich an die Richtlinie zur Ganztagsschule, die der Minister Brotkorb in der vergangenen Woche diskutiert wurde. Es gibt eine Stellungnahme des Landesjugendringens dabei, wo sehr kritisch und wirklich sehr kritisch hinterfragt wird, wo ist die Jugendhilfe? Also, es ging perspektivisch darum, einen Zweig im Land weiterzuführen. Da waren wir uns auch alle einig, das war die Schulsozialarbeit. Aber, und darum geht es hier, es geht darum, die eigenständige Jugendarbeit in diesem Land zu erhalten. Und es gibt noch mehr Brisanzen in diesem Zusammenhang. Erinnern Sie sich an die Diskussion zum Doppelhaushalt. Die ESF-Gelder werden finanziert zu 50 Prozent aus dem Land für Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit. Perspektivisch hatte die Landesregierung dort etwas anderes vor. Nämlich perspektivisch die Schulsozialarbeit zu stärken und die Jugendsozialarbeit sukzessive abzuschmelzen. Was heißt das? Ich nehme gerne das Beispiel von Schwerin. In Schwerin heißt es, wenn wegfallende Gelder vom Land sind, werden diese nicht kompensiert. Perspektivisch gesehen zum Jahr 2020 könnte das möglicherweise heißen, wenn es nur noch 15 Prozent für die Jugendsozialarbeit gibt, dann gibt es auch nur noch 15 Prozent von der Stadt. Was das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet, das können Sie sich selber vorstellen. Warum ist diese Situation so im Land? Sie erinnern sich sicher alle noch sehr gut an die Kreisgebietsreform. Dort gibt es einen Paragraf 20 im Aufgabenzuordnungsgesetz und der sagt, dass bestimmte Bereiche nicht im Landesjugendamt sind. Jetzt haben wir ein Landesjugendamt, der ist aber nicht dafür zuständig, Empfehlungen auszusprechen, nicht zu beraten und auch nicht die Fortbildung zu machen. Das ist kurios, was abläuft. Jede Fachabteilung arbeitet für sich, bestimmt nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die Steuerungsfunktion, die das SGB VIII, die soziale Gesetzgebung für den Jugendbereich vorsieht, bricht perspektivisch weg. Hier arbeiten Ministerien nicht zusammen, hier wird in Teilen relativ willkürlich gearbeitet. Und wenn ich den ESF, den Europäischen Strukturfonds, perspektivisch sehe, wird im Landesjugendhilfeausschuss nur die Zeit bis 2017 diskutiert. Also anders als das, was wir bislang gehört haben. Und da würde ich ganz gerne im zweiten Teil weitermachen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eine rege Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Also zwei Dinge habe ich schon mal jetzt erreicht. Das eine ist die Aussage eben von Frau Hesse mit der 50-50-Beibehaltung, nämlich 50 Prozent für die Schulsozialarbeit und 50 Prozent für die Jugendsozialarbeit. Herr Barlin, wenn Sie sich erinnern, in dem letzten Doppelhaushalt ist das diskutiert worden, dass die Zuschüsse für die Jugendsozialarbeit perspektivisch abgeschmolzen werden sollten. Und wo es gerade im Zusammenhang mit dem örtlichen Jugendhilfeträger doch immer wieder Probleme gab. Das ist eine gute Aussage. Und auch die zweite mit dem Paragrafen 85 SGB VIII. Es ist erst mal eine gute Aussage, dass Sie, Frau Ministerin, sich die Aufgabe so ziehen. Wir haben es nicht umsonst getan, nur den Bereich auf Jugendprogramm darzustellen. Hätten wir jetzt Kinder- und Jugendprogramm gemacht, dann wären die gleichen Diskussionen gekommen. Dann hätten wir vielleicht die Kita vergessen oder die Jugendberufshilfe. Sondern wir haben uns, oh wir kennen das schon, Herr Renz, aber lassen Sie mich zu Ende reden. Wir haben uns diese vier Punkte ganz bewusst rausgenommen, weil sie eben auch aus vier unterschiedlichen Finanzen sich zusammensetzen. Und ich würde doch nochmal gerne einiges darstellen, um vielleicht doch nochmal diese Brisanz darzustellen. Weil so rosig, wie es hier dargestellt ist, gerade von SPD und CDU, sieht es vor Ort überhaupt nicht aus. Wenn jemand mit mir darüber redet, dass es nur noch darum geht, das habe ich vorhin schon gesagt, junge Leute beruflich fit zu machen und alle anderen Aufgaben in der Jugendhilfe weiter weg zu gehen oder ob Hilfen zur Erziehung jetzt berufsorientiert umgesetzt werden sollen. Oder gefragt wird, was sind wir denn jetzt im regionalen Kontext? Das ist ein freiwilliger Bereich, denn der Innenminister, der ist jetzt nicht mehr da, Sie wissen das, wird dann sagen, wenn die Ausgaben in der Kinder- und Jugendhilfe so hoch sind, die müssen minimiert werden. Wer steht jedes Jahr auf dem Prüfstand? Und Frau Hesse, das wissen Sie, wie schwierig das ist. Das ist die Kinder- und Jugendarbeit. Und weil Herr Bahl eben nochmal so gesagt hat, was man alles in der Kita getan hat, ja, aber die kommunalen Budgets in der Jugendhilfe und im Jugendbereich haben sich nicht erhöht. Das heißt, ein bestimmter Bereich wird immer enger und wir sind alle beieinander mehr für die Prävention zu tun, mehr für die Zivilgesellschaft, mehr zur Stärkung von Demokratie vor Ort. Aber das kriege ich perspektivisch mit innovativen Projekten, ich kann das Wort nicht mehr hören, nicht hin. Und von wo sind die denn gekommen? Die sind von nicht button up. Die sind top down vom Sozialministerium gekommen. Also müssen die Verbände Projekte entwickeln, die irgendjemandem gefallen. Das finde ich persönlich nicht Beteiligung oder Partizipation oder wie wir das Kind jetzt nennen. Es geht darum, verlässliche Rahmenbedingungen hier für die Kinder- und Jugendarbeit hinzubekommen. Und genau das war unser Anliegen, dass man immer eine kleine Made im Schwett findet. Damit habe ich gerechnet. Aber eine Ignoranz, nämlich den Leuten, die draußen sind, die zum Teil Jahresverträge haben, Jahresverträge über Jahre, was eigentlich arbeitsrechtlich zum Teil nicht mehr funktioniert, das kann auch nicht wahr sein. Das muss doch mal nach draußen ein Zeichen gehen, wohin die Reise gehen soll. Und natürlich wissen wir, dass es im Haushalt festgeschrieben ist, dass die Schulsozialarbeit mit 30 Millionen Euro finanziert wird und die Jugendsozialarbeit. Aber Sie kennen doch alle das, was draußen los ist, nämlich beim örtlichen Träger. Wenn nämlich das Land die Zuwendungsbescheide immer nur für ein Jahr, zwei Jahre raussteht, kann ich perspektivisch keine Jugendhilfeplanung machen. Und entweder wir gehen das jetzt mal an oder wir setzen uns alle hin und sagen, ja, ist alles in Ordnung. Und Herr Barlin hat gesagt, Hintern hoch, finde ich in Ordnung, bin ich mit bei. Aber da muss ich doch die Leute auch mal ernst nehmen. Mensch, die fühlen sich doch wirklich, ich muss jetzt aufpassen mit dem Wort, die fühlen sich ziemlich verhohlepiepelt. Und ich möchte erinnern, jetzt ist hier schon der Fuschel abgegangen, also, dass wir im Kommunalwahlkampf sind. Und im Kommunalwahlkampf, meine sehr geehrten Damen und Herren, viele werden von Ihnen antreten. Ich hoffe, Sie haben Antworten darauf, nämlich, welche Empfehlungen gibt es denn vom Sozialministerium, von der Landesregierung, perspektivisch für Kinder und Jugendliche. Und da reicht mir nicht diese 100 Euro für die kleinen Kinder unter drei Jahre und der Kita-Anspruch. Denn wir haben explodierende Kosten im HZE-Bereich. Wir haben das Drama in der Jugendberufshilfe. Kompetenzagenturen ist immer noch nicht geklärt. Das sind alles Dinge, die auf die lange Bank geschoben werden. Und ich erwarte Antworten. Und ich kann Ihnen versprechen, ich bleibe da dran. Denn diese Debatte macht mir Spaß und wir sind längst nicht am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung. Mann!